SWR 2 Zeitwort Zackig und bauchig, Spitzbögen, Rundbögen, Winkel und Wölbungen, schwungvoll und doch diszipliniert, kurvig verschmockt und linientreu bürokratisch zugleich. So stand sie da, in Poesiealben und Feldpostbriefen, in Amtsbescheiden und Zeugnissen, auf Kissen gestickt und in Urkunden gestochen, die Sütterlinschrift. Die Deutsche, die besonders deutsche Schreibschrift, eingeführt am 8. Juli 1915 an den Schulen Preußens, schulpflichtig geworden 1924, bis 1931 von den meisten deutschen Ländern übernommen, 1934 als Ur- und Großdeutsche Schrift nationalistisch verehrt und nationalverbindlich gemacht und 1941 als jüdisch verdorben verboten. Plötzliches Ende einer Schreibreform, deren Erfinder nur ihren Anfang erlebte. Sütterlin, Ludwig Sütterlin, starb schon zwei Jahre nach Einführung seiner Schrift 1917. Der aus Laar im Schwarzwald stammende Lehrer an den Berliner Vereinigten Staatsschulen für freie und angewandte Kunst war Gebrauchsgrafiker. Schönschriften galten als seine Spezialität. Opulent gekräuselte Lettern entwarf er für Urkunden, Aktien, Wertpapiere. Schnörkelarm, aber schwungvoll gestaltete er Werbung und Plakate. Der Entwurf einer neuen Schulschrift war ein Auftrag des königlich-preußischen Kultusministeriums. Dort hatte man eine zunehmende Schreibschwäche von Grundschülern festgestellt. Immer weniger beherrschten die Geniestriche Goethes und Schillers, die elegant genialisch aussehende Kurennschrift mit ihren feinen Haar- und Schattenstrichen. Fleckfieber grassierte stattdessen in den Schulheften. Ursache war das Schreibwerkzeug. Mitte des 19. Jahrhunderts hatte die Stahlfeder den Federkiel verdrängt. Der Kiel war flexibel und Flexibilität war die Voraussetzung, um den Schreibdruck zu variieren, damit es mal dicke, mal hauchdünne Linien gibt. Mit der Stahlfeder ließ sich nur ein Strichformat erzeugen, also musste eine Schrift her, die nur ein Strichformat kennt. Flüssig, unverkrampft und in einem Zug sollte sie aufs Papier zu bringen sein und dabei irgendwie deutsch aussehen, altdeutsch. Das heißt, ähnlich wie die als besonders national geschnörkelt geltende Schwabacher, jener kernigen Schrift der Reformation, in der die Werke von Martin Luther und Hans Sachs gedruckt waren. Nach diesen Vorgaben entwarf Ludwig Sütterlin seine Schulschrift, traditionell aussehend, aber einfach zu handhaben. Alle Buchstaben stehen ordentlich senkrecht, sind aus annähernd gleichen Graden und Kreisformen zusammengesetzt und lassen sich beliebig aneinanderreihen. Eine Art Baukastenhistorismus. Genau so wie die Architektur der Zeit, in der Spitzbögen und Rundbögen, Giebel und Friese als immer gleiche vorgefertigte Versatzstücke zu immer neuen, altertümelnden Gebäuden zusammengesetzt wurden. So war auch Sütterlin. Ein schriftgewordenes Altdeutschland-nach-Industrien-Norm. Kein Wunder, dass die Nazis die preußischen Disziplinbuchstaben im Nationalvolkstums-Design gern übernahmen. Warum sie Sütterlin dann als Judenlettern diffamierten und aus dem Schriftverkehr zogen, ist bis heute nicht ganz klar. Möglicherweise mussten sie einfach feststellen, dass in den besetzten Gebieten niemand Sütterlin lesen konnte und die Weltmachtansprüche Deutschlands nur als groteske Grafik erschienen. Zackig und bauchig.